Konventionelles Lat-Ziehen, wirklich eine schlechte Lat-Übung. Der Latissimus hat seinen Ansatz am Oberarmknochen und hat mehrere Ursprungsorte entlang der Wirbelsäule. Heißt also, bei einem Heranziehen des Oberarms an den Körper werden vor allem die horizontal verlaufenden Fasern, die ihren Ursprung an den Brustwirbel haben, in Faserichtung verkürzt. Das bedeutet dann wiederum, dass diese Übung sehr gut dafür geeignet ist, vor allem die oberen Fasern des Latissimus zum Wachsen zu bringen. Folge mir gerne für mehr.